Wie jedes Jahr einfach wunderbar. Hier die Leute, erste Sekunde dabei, trinken sehr gerne und feiern sehr gerne. Also ich dürfte eben in der Halle 7 schon mal mit dabei sein. Das war schon mächtig, weil die Halle so groß ist und natürlich Prémolet auch ganz, ganz großartig. Aber heute, das hat so einen schönen Charme. Ich bin gerne am Jahrmarkt, da gibt es Zuckerwatte, da gibt es schöne Würstchen, schöne Frauen, viel Bier und meistens auch unsere Musik, daher auch immer gute Stimmung. Die Stimmung ist immer gut hier am Hansezell. Ich bin ja auch im siebten Jahr schon hier und jedes Jahr immer für den Montagabend gigantisch. Besonders am Hansezell ist einfach die Stimmung und die Dekoration und natürlich die Atmosphäre. Einfach immer vorbeikommen, Spaß haben, miteinander feiern, das ist wichtig. Freimarkt bedeutet für mich Mandeln, Currywurst, Pommes, Pommes, Currywurst, Mandeln und dann Achterbaum. Ja, also die Stimmung hier im Hansezelt ist wirklich absolute Weltklasse und wenn man sich amüsieren will und Party haben will, wie auch am 31. Oktober beim Frühschoppen hier, man kann nur ins Hansezelt gehen.